Anwendungsgebiete von Azathioprine Heumann 50 Mg Filmtabletten Das Arzneimittel sind ein Arzneimittel zur Unterdrückung der körpereigenen Abwehrreaktion, Immunreaktion. Die Filmtabletten werden angewendet zur Vorbeugung von Abstoßungsreaktionen nach Transplantationen von Niere, Leber, Herz, Lunge oder Bauchspeicheldrüse in Kombination mit anderen Arzneimitteln, die die Immunreaktion unterdrücken, Immunsuppressiva. Üblicherweise dient Azathioprine, der Wirkstoff des Arzneimittels, hierbei als Zusatz zu anderen immunsuppressiven Substanzen, die den Hauptpfeiler der Behandlung darstellen. Beim mäßig schweren bis schweren Verlaufsformen der nachfolgend genannten Erkrankungen, üblicherweise in Kombination mit Glucocortikosteiden, bestimmte entzündungshemmende Mittel. Die Anwendung in Kombination mit Glucocortikosteiden hat in der Regel eine Glucocortikosteideinsperrende Wirkung. Weiterhin sind die Filmtabletten bei Patienten mit nachfolgend genannten Erkrankungen angezeigt, wenn Glucocortikosteide nicht vertragen werden bzw. wenn mit hohen Dosen von Glucocortikosteiden keine ausreichende therapeutische Wirkung erzielt werden kann. Schwere Formen der aktiven Rheumatoiden Arthritis-chronischen Polyarthritis, bestimmte Formen der chronischen Entzündung mehrerer Gelenke, die durch andere Arzneimittel, sogenannte Basistherapeutika mit geringeren gesundheitlichen Risiken, nicht kontrolliert werden können. Chronische Entzündliche Darmerkrankungen, Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa Chronische Lebeentzündung, Autoimmunherpatitis Systemischer Lupus erysiometodes, Autoimmunkrankheit, die unterschiedliche Organe betreffen kann. Bestimmte immunologische Erkrankungen, sogenannte Kollagenosen Dermatomyositis, Muskelentzündung mit Beteiligung der Haut Polyarthritis nodosa, Entzündung von Blutgefäßen Pemphiges vulgaris und bollöses Pemphigoid, Blasenbildende Hauterkrankungen Morbus Besit, chronisch wiederkehrende Entzündungen, vor allem der Augen und der Mund- und Lunital-Schleimhäute Erkrankung des Blutes, verbunden mit einer Zerstörung der roten Blutkörperchen, refraktäre autoimmunerhämolytische Anämie, hervorgerufen durch sich quärme Antikörper Haulblutungen aufgrund einer Schädigung der Blutplättchen und Verringerung ihrer Anzahl, chronisch-refraktäre idiopathische thrombozyt-opnische Purpura Bei schubförmiger Multiple Sklerose, wenn eine Dämpfung der fehlregulierten Immunantwort angezeigt, eine Therapie mit Beta-Interferon jedoch nicht möglich ist, oder unter einer bisherigen Therapie mit dem Arzneimittel ein stabiler Verlauf erreicht wurde. Zur Behandlung der generalisierten Mythenia Gravis, eine Form der krankhaften Muskelschwäche In Abhängigkeit vom Schweregras der Erkrankung sollten die Filmtabletten wegen des langsamen Wirkungseintritts zu Beginn der Behandlung in Kombination mit Glucocotikosteiden verabreicht und die Glucocotikosteid-Dosis nach Monaten der Behandlung schrittweise verringert werden. Es kann Wochen oder Monate dauern, bevor eine therapeutische Wirkung erkennbar ist, Anwendungsbeschränkungen und Warnungen Absolute Gegenanzeigen von Azathioprin-Holman 50-MG-Filmtabletten Die Filmtabletten dürfen nicht eingenommen werden. Wenn Sie übempfindlich, allergisch, gegen den Wirkstoff Azathioprin, gegen 6-Mer-Captopurin, ein Abbauprodukt von Azathioprin, oder einen der sonstigen Bestandteile sind, Wenn Sie stillen Sie dürfen nicht mit Lebendampfstoffen geimpft werden. Insbesondere sind Tuberkulose BCG, Porken- und Gelbfieberimpfung während der Therapie nicht erlaubt. Patientenhinweis Besondere Vorsicht bei der Annahme ist erforderlich. Wenn bei Ihnen eine schwere Infektion, eine schwere Erkrankung der Leber, des Knochenmarks oder der Bauchspeicheldrüse vorliegt, in diesem Fall sollten Sie Ihren Arzt darauf aufmerksam machen und er wird Ihnen die Filmtabletten nur nach sorgfältiger Nutzen-Risikoabwägung verschreiben. Zu Beginn der Behandlung Während der ersten 8 Wochen der Therapie sollte mindestens einmal wöchentlich ein Blutbild einschließlich der Zählung der Blutplättchen angefertigt werden. Häufigere Kontrollen sollten durchgeführt werden bei Einsatzhöhere Murek-Dosen Älteren Patienten Störung der Nierenfunktion Ihr Arzt wird, falls erforderlich, die Dosis verringern. Störung der Leberfunktion Ihr Arzt wird regelmäßig Ihre Leberfunktion überprüfen und, falls erforderlich, die Dosis verringern. Sollten Sie an schweren Leberfunktionsstörungen leiden, wird Ihr Arzt Ihnen das Präparat nur nach sorgfältiger Nutzen-Risikoabwägung verschreiben, da über lebensbedrohliche Leberschädigungen bei Patienten mit Leberfunktionsstörungen berichtet wurde. Nach 8 Wochen sollte das Blutbild einmal pro Monat, mindestens jedoch alle 3 Monate, kontrolliert werden. Wenn Sie während der Behandlung ungeklärte blaue Flecken an sich feststellen oder bei Ihnen Blutungen oder Anzeichen einer Infektion auftreten. In diesem Fall informieren Sie bitte umgehend Ihren Arzt. Wenn bei Ihnen ein Mangel an dem Enzym Thiopurin-Methyltransferase besteht, wodurch der Wirkstoff Acetioprin nicht ausreichend abgebaut werden kann. Dabei kann es zu einer verstärkten Knochenmarkschädigung durch die Filmtabletten und möglicherweise zu bösartigen Erkrankungen des blutbildenden Systems, sekundäre Leukämien und Myelodysplasien, kommen. Wenn Sie gleichzeitig Arzneimittel wie Ulsalazin, Mesalazin oder Sulfasalazin, Mittel zur Behandlung von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, einnehmen, die dieses Enzym hemmen, können diese die Wirkung noch verstärken, wenn Sie die Filmtabletten gleichzeitig mit Arzneimitteln anwenden, die die Knochenmarkfunktion beeinträchtigen, wie Penicillamin und Zytostatika. Bei gleichzeitiger Einnahme von Allopurinol, Oxipurinol oder Thiopurinol, Mittel zur Behandlung von Gicht. Die Dosis sollte dann auf ein Viertel der normalen Dosis reduziert werden. Wenn bei Ihnen für eine Narkosearzneimittel zur Muskelerschlaffung eingesetzt werden sollten, informieren Sie den behandelnden Narkosearzt bei einer bevorstehenden Operation über Ihre Behandlung. Wenn Sie an einem Leschland-Syndrom leiden, erblicher Mangel an dem Enzym Hypoxanthin-Gornden-Phosphoribosiltransferase. Möglicherweise sind die Filmtabletten bei dieser Stoffwechselstörung nicht wirksam und sollten daher nicht angewendet werden. Wenn Sie dem Varicella-Zoster-Virus, VZV, das Windpocken- und Gürtelrose, Herpes-Zoster, verursacht, ausgesetzt sind. Da eine Infektion mit VZV unter einer Behandlung schwerwiegend verlaufen kann, sollten Sie jeglichen Kontakt mit an Windpocken oder Gürtelrose erkrankten Personen meiden. Ihr Arzt wird Ihre Krankengeschichte auf VZV-Infektionen hin überprüfen und, falls Sie einer VZV-Infektion ausgesetzt sein sollten, geeignete Maßnahmen ergreifen, die eine antivirale Therapie, eine Unterbrechung der Therapie und eine unterstützende Behandlung einschließen können. Wenn Sie stark der Sonne ausgesetzt sind, da bei Anwendung der Filmtabletten vermehrt Infektionen oder Hautkrebs auftreten können. Vermeiden Sie daher unnötige Sonneneinstrahlung und UV-Licht, tragen Sie schützende Kleidung und verwenden Sie Sonnenschutzmittel mit hohem Lichtschutzfaktor. Wenn Sie im fortpflanzungsfähigen Alter sind, da Sie während der Behandlung nach Möglichkeit eine Schwangerschaft vermeiden sollten, auch wenn lediglich Ihr Partner behandelt wird. Sie oder Ihr Partner sollten daher während der Behandlung unbedingt empfängnisverhütende Maßnahmen treffen. Als Mann sollten Sie die empfängnisverhütenden Maßnahmen nach Ende Ihrer Behandlung mindestens weitere sechs Monate fortführen. Dies gilt auch für Patientinnen und Patienten mit eingeschränkter Fruchtbarkeit aufgrund chronischer Harnvergiftung, Uremie, da sich die Fruchtbarkeit nach der Transplantation im Allgemeinen wieder normalisiert. Es gibt Hinweise, dass Intrautrin-Pessare, Spirale, Kupfertee, unter einer Therapie versagen können. Sie sollten daher andere oder zusätzliche empfängnisverhütende Maßnahmen treffen. Bei immunsuppressiver Behandlung kann es bei Anwendung hoher Dosen und in Abhängigkeit von der Dauer der Behandlung vermehrt zu bösartigen Geschwülsten, Tumoren, kommen. Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen Bevor Sie in Betracht ziehen, ein Fahrzeug zu führen oder Maschinen zu bedienen, sollten Sie Ihren gesundheitlichen Zustand und die möglichen Nebenwirkungen bedenken. Es wurden keine Studien zur Wirkung von Azathioprin, dem Wirkstoff der Filmtabletten, auf die Verkehrssüchtigkeit oder die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt. Ein Einfluss auf die Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit ist nach bisherigen Erfahrungen jedoch nichts zu erwarten. Schwangerschaftshinweis Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Schwangerschaft Wenn Sie schwanger sind, dürfen Sie das Arzneimittel neu annehmen, wenn Ihr behandelnder Arzt dies für unbedingt erforderlich hält. Im Falle einer Schwangerschaft müssen Sie daher Ihren Arzt umgehend informieren. Bei Neugeborenen, deren Mütter während der Schwangerschaft behandelt werden, können Veränderungen des Blutbildes auftreten. Eine regelmäßige Kontrolle des Blutbildes während der Schwangerschaft wird daher angeraten. Während der Behandlung sollten Sie nach Möglichkeit eine Schwangerschaft vermeiden, auch wenn lediglich Ihr Partner behandelt wird. Grundsätzlich sollten Sie oder Ihr Partner, wenn Sie im fortpflanzungsfähigen Alter sind, während der Behandlung empfängnisverhütende Maßnahmen treffen. Als Mann sollten Sie die empfängnisverhütenden Maßnahmen nach Ende Ihrer Behandlung mindestens weitere 6 Monate fortführen. Dies gilt auch für Patientinnen und Patienten mit eingeschränkter Fruchtbarkeit aufgrund chronischer Harnvergiftung, Uremi, da sich die Fruchtbarkeit nach der Transplantation im Allgemeinen wieder normalisiert. Es gibt Hinweise, dass Intrautrin-Pessare, Spirale, Kupfer-Tee, unter einer Therapie versagen können. Sie sollten daher andere oder zusätzliche empfängnisverhütende Maßnahmen treffen. Wenn Sie ein Kind planen, sollten Sie, unabhängig davon, ob Sie männlichen oder weiblichen Geschlechts sind, unbedingt Ihren Arzt kontaktieren. Stillzeit Während einer Therapie dürfen Sie nicht stillen, da das im Körper gebildete Abbauprodukt in die Muttermilch übergeht. Falls Ihr Arzt eine Behandlung für zwingend notwendig erachtet, müssen Sie abstillen. Dosierung von Azathioprine Heumann 50-MG-Film-Tabletten Nehmen Sie dieses Arzneimittel entsprechend der nachfolgenden Dosierungsempfehlungen ein. Dosierung Nach Organtransplantation Abhängig von dem Behandlungsplan beträgt die Dosierung zu Behandlungsbeginn gewöhnlich bis zu 5-MG-Kg Körpergewicht-Tag. Die Erhaltungsdosis liegt zwischen 1-MG-Kg und 4-MG-Kg Körpergewicht-Tag und muss den klinischen Erfordernissen und der Verträglichkeit in Bezug auf das Blutbild angepasst werden. Die Behandlung mit Immureg, auch in niedrigen Dosierungen, muss unbegrenzt erfolgen, da es sonst zu einer Abstoßung des Transplantats kommen kann. Multiple Sklerose Für die Behandlung der schubförmigen Multiple Sklerose beträgt die Dosierung gewöhnlich 2-MG-Kg bis 3-MG-Kg Körpergewicht-Tag. Eine Behandlungsdauer von mehr als einem Jahr kann erforderlich sein, bis eine deutlich erkennbare Wirkung eintritt, und wenigstens zwei Jahre können erforderlich sein, bis die volle Wirksamkeit erreicht ist. Mysthenia Gravis Für die Behandlung der Mysthenia Gravis liegt die empfohlene Dosis bei 2-MG-Kg bis 3-MG-Kg Körpergewicht-Tag. Üblicherweise tritt ein Behandlungserfolg frühestens zwei bis sechs Monate nach Behandlungsbeginn auf. Je nach schwere Gras der Erkrankung sollten die Filmtabletten wegen des langsamen Wirkungsantritts zu Beginn der Behandlung in Kombination mit Glucocortikosteiden gegeben werden. Die Dosis an Glucocortikosteiden kann schrittweise über Monate verringert werden. Die Behandlung sollte über wenigstens zwei bis drei Jahre fortgesetzt werden. Andere Anwendungsgebiete Für die Behandlung der autoimmunen chronisch aktiven Hepatitis beträgt die Anfangsdosierung gewöhnlich 1-MG-Kg bis 1,5-MG-Kg Körpergewicht-Tag, die Erhaltungsdosis bis zu 2-MG-Kg Körpergewicht-Tag. Bei den anderen Anwendungsgebieten beträgt die Anfangsdosierung im allgemeinen 1-MG-Kg bis 3-MG-Kg Körpergewicht-Tag und die Erhaltungsdosis zwischen weniger als 1-MG-Kg und 3-MG-Kg Körpergewicht-Tag. Die Dosierung sollte der therapeutischen Wirkung, die erst Wochen oder Monate nach Behandlungsbeginn einsetzen kann, und der Verträglichkeit in Bezug auf das Blutbild angepasst werden. Wird ein Ansprechen auf die Behandlung festgestellt, sollte die Dosis auf die Mindestmenge reduziert werden, die zum fortbestehende therapeutischen Wirkung erforderlich ist. Wenn nach 3- bis 6-monatiger Behandlung keine Besserung eintritt, sollte ein Absetzen der Therapie in Erwägung gezogen werden. Patienten mit eingeschränkter Nieren- und Lebefunktion Bei Patienten mit einer Störung der Nierenfunktion und Schrägstrich oder der Lebefunktion sollten die Filmtabletten im unteren Bereich des normalen Dosierungsbereichs dosiert werden. Kinder Zur Behandlung von Kindern, insbesondere übergewichtigen Kindern, fragen Sie bitte Ihren Arzt. Für die Behandlung der chronischen Gelenkentzündung bei Kindern und Jugendlichen, Juvenio-Idiopathische Arthritis, mit den Filmtabletten liegen keine ausreichenden Daten zum Beleg von Wirksamkeit und Unbedenklichkeit vor. Erfahrungen zur Anwendung bei Multiple Sklerose im Kindesalter liegen nicht vor. Daher wird die Anwendung bei Kindern nicht empfohlen. Bei den übrigen Anwendungsgebieten gelten die gleichen Dosierungsempfehlungen wie für Erwachsene. Ältere Patienten Es wird empfohlen, die Dosis für ältere Patienten im unteren Bereich der für Erwachsene angegebenen Dosierungen anzusiedeln. Anwendung in Kombination mit Allopurinol, Oxypurinol oder Thiopurinol, bestimmte Gichtmittel. Bei gleichzeitiger Einnahme von Allopurinol, Oxypurinol oder Thiopurinol sollte die Dosis auf ein Viertel der normalen Dosis verringert werden. Dauer der Behandlung Die Dauer der Behandlung muss von Ihrem behandelnden Arzt festgelegt werden. Wenn Sie eine größere Menge eingenommen haben, als Sie sollten, beständigen Sie bei Verdacht auf eine Überdosierung sofort einen Arzt, damit dieser über das weitere Vorgehen entscheiden kann. Die häufigste Auswirkung einer Überdosierung ist eine Hemmung der Knochenmarkfunktion, die ihren Höhepunkt wie gewöhnlich 9 bis 14 Tage nach der Überdosierung erreicht. Die Hauptanzeichen einer Unterdrückung der Knochenmarkfunktion sind Geschwüre im Mund- und Rachenraum, blaue Flecken, Fieber und klaren Ursprungs- und ungeklärte Infektionen. Weiterhin können Spontanblutungen und starke Abgeschlagenheit auftreten. Schädliche Wirkungen sind aber eher nach länger dauernder geringer Überdosierung, z. b. Durch Verordnung etwas zu hohe Dosen durch den Arzt, als nach einer zu hohen Einzeldosis zu erwarten. Wenn Sie die Einnahme vergessen haben Holen Sie die Einnahme nicht nach und nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben, sondern nehmen Sie bei der nächsten Einnahme nur die verordnete Menge ein. Sollten Sie mehr als eine Einnahme vergessen haben, halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Arzt. Wenn Sie die Einnahme abbrechen Die Behandlung sollte immer nur unter engmaschiger ärztlicher Überwachung beendet werden. Wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder beenden möchten, sprechen Sie deshalb vorher unbedingt mit Ihrem Arzt. Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, Nebenwirkungen. Wie alle Arzneimittel kann dieses Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt. Sehr häufig, mehr als 1 von 10 Behandelten. Häufig, weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten. Gelegentlich, weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1.000 Behandelten. Selten, weniger als 1 von 1.000, aber mehr als 1 von 10.000 Behandelten. Sehr selten, weniger als 1 von 10.000 Behandelten, einschließlich Einzelfälle. Bisher wurden folgende Nebenwirkungen beobachtet. Infektionen und parasitäre Erkrankungen. Sehr häufig, Infektionen durch Viren, Pilze und Bakterien bei Transplantatempfängern, die die Filmtabletten in Kombination mit anderen Immunsuppressiva erhalten. Gelegentlich, Infektionen durch Viren, Pilze und Bakterien bei den anderen Patienten. Wenn Sie das Arzneimittel allein oder in Kombination mit anderen Arzneimitteln zur Unterdrückung der Immunreaktion, insbesondere mit Glucocortikosteiden, einnehmen, können Sie eine erhöhte Anfälligkeit für Infektionen durch Viren, Pilze und Bakterien einschließlich schwerer oder untypisch verlaufender Infektionen durch das Varicella-Zoster-Virus, VZV, das Windbocken- und Gürtelrose, Herpes-Zoster, verursacht, und durch andere infektiöse Erreger haben. Wenn Sie Anzeichen einer Infektion bemerken, informieren Sie bitte sofort Ihren behandelnden Arzt. Sie müssen Ihrem Arzt zudem jeglichen Kontakt mit Personen, die an Windbocken oder Gürtelrose, Herpes-Zoster, erkrankt sind, unverzüglich mitteilen. Gutartige, bösartige und unspezifische Neubildungen, einschließlich Zysten und Polypen Selten, bösartige Geschwülste, Tumore, wie Non-Hotkin-Lymphome, Karzinome der Haut, Melanom und andere Karzinome, Sarkome, Kaposi-Sarkom und andere Sarkome, und Cervix-Karzinome in situ, die zumeist typisch für Behandlungen zur Unterdrückung der Immunreaktion sind, bösartige Erkrankungen des blutbildenden Systems wie akute myeloische Leukämien und Myelodysplasien, Erkrankungen des Blutes und des Lymphsystems, sehr häufig, Unterdrückung der Knochenmarkfunktion, Verminderung der Anzahl der weißen Blutkörperchen, Leukozydopnie, häufig, Verminderung der Anzahl der Blutplättchen, Thrombozydopnie, gelegentlich, Verminderung der Anzahl der roten Blutkörperchen, Anämie, selten, Verminderung der Anzahl bestimmter weißer oder roter Blutkörperchen, Agranulozytose, aplastische Anämie, Verminderung der Anzahl aller Blutkörperchen, Pancytopenie, vermehrtes Auftreten von besonders großen Vorstufen der roten Blutkörperchen, megaloplastische Anämie, und von kleinen roten Blutkörperchen, erthrozytere Hypoplasie, im Blut. Sehr selten, Blutarmut in Folge vermehrten Abbaus roter Blutkörperchen, hermolytische Anämie. Die häufigste Nebenwirkung ist eine dosisabhängige Unterdrückung der Knochenmarkfunktion, die sich bei entsprechender Anpassung der Dosis im Allgemeinen wieder normalisiert. Anzeichen für eine gestörte Knochenmarkfunktion können sein, erhöhte Infektanfälligkeit, Geschwüre im Mund- und Rachenraum, erhöhte Blutungsneigung, Müdigkeit und Leistungsschwäche. Blutbildveränderungen treten zwar meistens bei Therapiebeginn auf, können aber auch später im Therapieverlauf entstehen. Daher ist eine regelmäßige Blutbildkontrolle auch bei stabil eingestellten Langzeitpatienten ratsam. Erkrankungen des Immunsystems Gelegentlich, Überempfindlichkeitsreaktionen Sehr selten, schwere Hautreaktionen mit Blasenbildung und Schrägstrich oder Ablösung der Haut, insbesondere an den Extremitäten sowie im Mund-, Augen- und Genitalbereich, verbunden mit schlechtem Allgemeinbefinden und Fieber, Stevens-Johnson-Syndrom, toxisch-epidermale Nekrolyse. Es wurde über eine Vielzahl von Reaktionen mit möglicherweise allergischem Ursprung berichtet. Anzeichen solche Überempfindlichkeitsreaktionen können sein, allgemeines Unwohlsein, Schwindel, Benommenheit, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Fieber, Schüttelfrost, Hautausschlag, Gefäßentzündung, Muskel- und Gelenkschmerzen, Blutdruckabfall, Nieren- und Leberfunktionsstörungen und Gallenstauung, siehe auch unter Leber- und Gallenerkrankungen. In sehr seltenen Fällen wurden Überempfindlichkeitsreaktionen mit tödlichem Ausgang beobachtet. Wenn Sie Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion bemerken, informieren Sie bitte unverzüglich Ihren Arzt. Ein sofortiges Absetzen und, wenn nötig, Maßnahmen zur Unterstützung des Kreislaufes sind als Behandlung meist ausreichend. Nach dem Auftreten einer Überempfindlichkeitsreaktion wird die Arzt entscheiden, ob sie die Filmtabletten weiterhin einnehmen dürfen. Erkrankungen der Atemwege, des Brusttraums und Mediastinums Sehr selten, Lungenentzündung, die nach Absetzen der Behandlung heilbar ist. Informieren Sie bitte unverzüglich Ihren Arzt, wenn bei Ihnen Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, Husten oder Schwierigkeiten beim Atmen, ähnlich einer Infektion des Brusttraums, auftreten. Erkrankungen des Gastrointestinaltraktes Häufig, Übelkeit, gelegentlich mit Erbrechen Gelegentlich, Entzündungen der Bauchspeicheldrüse, insbesondere bei Transplantatempfängern und bei Patienten mit entzündlichen Darmerkrankungen Sehr selten, schwere entzündliche Erkrankungen des Dickdarms, Colitis, Divertikulitis, und Darmdurchbruch bei Transplantatempfängern, schwere Durchfälle bei Patienten mit entzündlichen Darmkrankheiten, Darmprobleme, die zu Durchfall, Bauchschmerzen, Verstopfung, Übelkeit und Erbrechen führen können. Wenn Sie unter Übelkeit mit gelegentlichem Erbrechen leiden, kann die Einnahme der Filmtabletten zusammen mit einer Mahlzeit diese Beschwerden vermindern. Informieren Sie bei stärkeren Durchfällen oder bei Übelkeit und Erbrechen Ihren Arzt. Leber- und Gallenerkrankungen Gelegentlich, dosisabhängige Leberschädigung mit Gallenstau, die üblicherweise nach Abbruch der Behandlung rückläufig ist und in Zusammenhang mit einer Überempfindlichkeitsreaktion stehen kann, siehe auch unter Erkrankungen des Immunsystems, Verschlechterung von Leberfunktionswerten. Selten, lebensbedrohliche Leberschädigungen bei länger dauernder Einnahme, insbesondere bei Transplantationspatienten. In einigen Fällen konnte durch Absetzen der Behandlung der Filmtabletten eine vorübergehende oder andauernde Besserung des Beschwerdebildes und der feingeweblichen Leberveränderungen erreicht werden. Informieren Sie bitte unverzüglich Ihren Arzt, wenn Sie eines der folgenden Anzeichen bemerken, schwarzer, der Stuhl, Blut im Stuhl, Bauchschmerzen oder Gelbverbung der Haut und des Augenweises. Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes. Selten, Haarausfall. In vielen Fällen trat eine spontane Besserung des Haarausfalls auf, obwohl die Behandlung fortgesetzt wurde. Der Zusammenhang zwischen Haarausfall und der Anwendung der Filmtabletten ist unklar. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht aufgeführt sind oder wenn Sie Erfahrungen gemacht haben mit einer der aufgeführten Nebenwirkungen, die schwerwiegend sind, Wechselwirkungen. Wenn mehrere Arzneimittel gleichzeitig angewendet werden, kann es zu Wechselwirkungen kommen. Wirkungen und Nebenwirkungen der Arzneimittel können dadurch verändert werden. Ob eine Wechselwirkung auftritt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Sprechen Sie daher immer mit Ihrem Arzt oder Apotheker, um zu klären, ob eine Wechselwirkung für Sie tatsächlich eine Rolle spielt. Nur Arzt oder Apotheker können Ihre individuellen Risikofaktoren für eine Wechselwirkung abschätzen. Falls notwendig können Arzt oder Apotheker entsprechende Maßnahmen veranlassen. Setzen Sie vom Arzt verordnete Arzneimittel nicht ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker ab. Azathioprine Heumann 50-MG-Film-Tabletten darf nicht gleichzeitig mit Arzneimitteln angewendet werden, die folgende Wirkstoffe enthalten. Lebende Impfstoffe wie zum Beispiel Masern, Gelbfieber oder Zyphus-Impfstoff. Es besteht ein großes Risiko für eine schwere, eventuell sogar lebensbedrohliche Wechselwirkung. Bitte sprechen Sie unverzüglich mit Ihrem Arzt. Außerdem sind weitere Wechselwirkungen zwischen Azathioprine Heumann 50-MG-Film-Tabletten und anderen Arzneimitteln bekannt. Wenn Sie noch andere Arzneimittel anwenden, fragen Sie Ihren Apotheker, um zu klären, ob es eventuell zu Wechselwirkungen mit Azathioprine Heumann 50-MG-Film-Tabletten kommen kann. Zum Wechselwirkungs-Check